Ein typischer Vormittag beginnt mit einer positiven Einstellung. Man geht zu seinem Arbeitsplatz, man begrüßt einmal seine Kolleginnen und schaut einmal, was alles auf einen wartet. Interessant ist, dass immer etwas Neues dazwischen kommt. Ja, wir haben das Gleichzeitmodell. Also für mich ist das als Pendlerin ganz toll, weil ich dann meine Tätigkeit nach den Zugfahrplänen richten kann. Wenn mehr zu tun ist, ist man länger im Büro und wenn weniger zu tun ist, kann man dafür etwas früher heimgehen. Das ist natürlich sehr positiv. Arbeitszeittechnisch wird es natürlich vorgegeben durch die Kurse. Manche Kurse starten um 6 Uhr in der Früh bis 14 Uhr, gewisse Kurse erst um 8 Uhr. Teilweise gibt es auch ein Schichtmodell. Das bedeutet von 12.30 Uhr bis 21 Uhr. Ja, ich komme aus dem Bereich, ich kenne das Ganze, weil ich sehr, sehr gerne schichtgearbeitet, weil es ein bisschen Abwechslung ist. Wir haben ein sehr großes Büro. Die Gerätschaften sind auf dem modernsten Stand der Technik. Die IT funktioniert einwandfrei. Die Hierarchie im Bf ist sicherlich als flach zu bezeichnen. Wir haben unterschiedlichste Verantwortungsbereiche und Personen, die dafür zuständig sind. Ja, uns Mitarbeitern wird die Möglichkeit der Weiterbildung geboten. Bedeutet, wir können uns unentgeltlich zu Kursen reinsetzen, diese Kurse besuchen. Unter anderem wäre jetzt in meinem Fall die Berufsreifeprüfung. Die wird jetzt aktuell von mir besucht.